so meine lieben kinderchen hallo und ein herzliches willkommen zurück zu einer weiteren folge ist so wir waren am haus am see das ist schon lange her wo wir aufgenommen haben und ich muss auch sagen ich weiß nicht wie gut das jetzt hier gerade läuft weil eben gerade die droge aufnahmen besser verkackt das nicht muss es ja immer durchziehen ich muss es hochladen sonst kriegt ihr davon überhaupt nichts mit was hier passiert mir schon bewusst ist dieser vogel hier nicht kahl heißt und ein kerl aber ich denke karl weil er sich aus wie karl die frisur der sieht aus als der perücke auf richtig schlecht gemacht und braunen haare hier und dann setzte sich denn weil er hier eine halbklasse hat setzte sich denn hier diese die der brücke auf so richtig ist eigentlich thomas anders mit der bullen vermischt quasi hier fehlt nur gold kette nora drauf stell euch mal vor jetzt diese diese gold kette und nur wer wird sich so diese substanz media du bedeckt was mag orklos unbekannt sollen aber hier habe ich schütze wäre die dankbar gewesen ich mache kurz auf denn er denn er hält sich jeder beschützer das glaube ich kaum denn chef lacht mich aus du hast ihn gesehen richtig er kichert im chor mit den anderen kunden in jacks bar jeff jeffordor interessant ich habe ihn ja gar nicht bemerkt siehst du das ist ein detail das du mir vielleicht verbergen könntest nicht schlecht für den ersten versuch karl scheint mit karl karl scheint stolz auf mich zu sein sein gesicht zeigt normalerweise nicht viele aber jetzt wirkt es offen und entspannt er hat etwa meine fähigkeiten gezweifelt ja hatte karl hatte noch nie wirklich die gelegenheit meine kräfte einzuschätzen es ist also nicht verwunderlich dass er gewisse zweifel an ihn hegt wie dem auch sei ich will mich schließlich von ihm ausblenden lassen bilden lassen um mich zu verbessern und mich irgendwann selbst zu übertreffen karl du bist bereut das experiment noch einmal zu versuchen ich stimme zu und bin entschlossen mich mit meinem zweiten versuch besser zu schlagen sehr gut ich bewundere deine entschlossenheit in deinem blick wir müssen gar nichts mehr sagen er weiß es an unserem blick natürlich ich gebe dir einen tipp wenn du eindringlich in deinen geist abwählen willst ist es besser einen mentoren schutzwald zu bauen das ist nicht leicht und man muss sehr sehr schnell tun anfangs wird es dich noch viel zeit kosten aber das ist deine einzige chance gegen stärkere feine wenn deine gegner hingegen schwächer ist solltest du parapsychologischen schreiausricht ausreichen um ihn zu verträumen das ist einfacher aber nicht so effektiv und dauert wie ein schutzwald ich frage mich was ein parapsychologischer schrei ist was möchtest du zuerst trainieren dem parapsychologischen schrei damit wir wissen was es ist karl stimmt meiner wahl stimmt meiner wahl zu mit der leichten option zu beginnen er sagt mir dass ich meine auge schließen und seine anweisung folgen soll ich werde dich jetzt mit wörtern anleuten damit du den winkel räuchweide und beschroffenheit des klangs richtig einstellen kannst der schrei darf nicht in die schatten streuen sondern muss da in den angräufe gerichtet sein wenn die das gelingt kennst du leicht abwehren ich halte die augen geschlossen damit ich mich auf karls stimme seinen rat und mein ziel konzentrieren kann nach einem versuch den ich zwar nicht als besonders glanzvoll empfinde aber bei dem ich wenigstens das gefühl habe ein stück vorangekommen zu sein öffne ich meinen augen wieder karl muss hätte mich mit entschlossener miene was denkt er dass ich für ein klotz am bein bin dass ich ein echt über dass ich echt eine überraschung bin vielleicht er klotz am bein aber andersrum er will uns ja will uns ja eben halt trainieren das ist ja seine entscheidung gewesen oder wird er von irgendjemand geschickt und sagt jeder ob das lady kannst du mal trainieren dass ich für den klotz am bein bin er hat wahrscheinlich schon andere beschützte lehrling und ich bin bestimmt nicht die beste seiner bisherigen schüler hast du schon andere unterrichtet karl noch nie du bist die erste aber wenn du nicht so gegenhorst würde ich jetzt lieber weiter daran arbeiten deine fähigkeiten zu verbessern während du so konzentriert ist ich bin begeistert zu ich trainiere meist zart wenn ich in der blockhütte bin aber mit einem coach ist es viel motivierender er ist ja auch vocal coach bei ein paar weiteren versuchen mich zu verteidigen bin ich erschöpft mit jedem neuen versuch habe ich das gefühl noch schwächer zu werden fahr fort dann brechen wir zusammen und dann machte wieder ne lass mal wieder bleiben ich habe langsam das gefühl dass die übungen kontraproduktiv werden ich fühle mich mental erschöpft gut dass es dir der aufhält aber das ist völlig normal dieser ort verteidigung wer braucht sehr viel energie aber der schlüssel zu seiner weiteren entwicklung liegt darin deine eigene grenzen zu kennen karl drückt sich manchmal aus wie ein weiser alter samurai in einem film jahr meister es ist lustig und wir müssen jetzt karten legen weiter geht's hier warte mal ich will mal kurz checken ob es wirklich weiter geht ja es gibt wunderbar ich freue mich ja ich bin manchmal ich bin zwar mental erschöpft aber sein veraltes formelhaftes leben weisheit bringt mich zum lachen wir sollten eine weile laufen gehen damit du einen freund kopf bekommst da muss kurz darauf finden kerl und ich uns auf den auf der waldstraße wieder wir joggen in einen fortwährenden regelmäßigen tempo es tut mir gut auf den asphalt durch den wald zu laufen besonders nach allen parapsychologen ist schon anstrengend von heute morgen mein körper scheint sich von all dieser arbeit die mein geist geleistet hat gut zu erholen normalerweise sind die beiden miteinander verbunden das training ist ziemlich intensiv hast du es auch schon mal durchgemacht als du beschützerlehrling warst wenn ich mich beim joggen wenn ich beim joggen rede gerate ich immer wieder ein wenig außer atem aber ich möchte mehr über meinen ungewöhnlichen coach erfahren schüttelt ich würde auch in meinem hemdschocken gehen ich dachte jetzt nicht weg diesen jogging anzüge trinkt anzüge und hier echt so aber er kann es vergessen kaltet mich an läuft dann mir vorbei dreht sich um und trabt rückwärts vor mir auf der straße hinauf er ist kein bisschen außer atem ist der kerl eine maschine oder was und das war es meine knechchen ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe auch dass die aufnahme gut gemacht ist das obs alles wunderbar hingekriegt habe wie gesagt rogo habe ich ein bisschen verkackt mit obs ich habe mir schon versucht daran rumzuschinschen ich hoffe das wird besser so ich versuche jetzt mindestens jeden sonntag eine fallen road geschichte zu bringen mal gucken ob es was bringt okay meine leute wir sehen uns bis da